Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio. Heute, wie immer, in einer wundervollen Besetzung mit mir, mit Marc und mit Ivo. Hi Ivo. Das bin ich, hallo. Hi. Und heute haben wir auch eine wundervolle Folge, nämlich aus Staffel 8, Folge 17. Babysitten, ein Albtraum. Wurde sich gewünscht von Miss Kuro. Vielen Dank für den Folgenwunsch. Ja. Und auf Englisch heißt die Folge My Sister, My Sitter. Ja, Spoiler, spoilt mehr, was passiert als der deutsche Titel, muss man sagen. Ja, furchtbar. Ich muss mir die Folge dann eigentlich gar nicht mehr angucken. Nee. Ich wusste schon, was passiert. Denn, wir wissen natürlich, was passiert. Lisa geht ihrem Business als Babysitterin nach. Aber, wie es dazu kommt, das sehen wir gleich alles in der Folge. Zuerst mal ein Couch-Gag, der schon sehr kreativ ist für Staffel 8. Mhm. Denn die Couch ist auf einem Schiff und sie setzen sich hin mit gelben Regenmänteln und eine Welle kommt und spült sie weg. Genau. Ich dachte eigentlich, das wäre der, wo sie dann aus dem Bild über der Couch gespült werden. Da gibt es auch irgendeinen. Ist auch mit einem Schiff, aber das ist ja nicht passiert. Nee. Ich glaube, da gibt es irgendeinen, wo sie dann auf dem Schiff sind und dann kommt auch irgendwie eine Welle und sie werden rausgespült und sind dann auf der echten Couch. Ja, siehst du mal. Das ist noch viel High-Concept-mäßiger. Ja, da wurde noch ausgearbeitet. Die Idee wieder. So kreativ waren sie dann doch noch nicht. Nee. Schlimm. Aber die Folge beginnt schon gleich, wie ich finde. Der Anfang hat mich sehr gefreut. Es beginnt mal wieder mit Eye on Springfield. Eine Rubrik, die sie leider auch über die Jahre vergessen zu haben scheinen. Das war, glaube ich, kein dramatisch korrekter Satz, aber egal. Jedenfalls Kent Brockman ist mal wieder unterwegs in der Wildnis von Springfield, wo einige fantastische Dinge passiert sind. Zum Beispiel ein zweistöckiges Plumpsklo wurde geklaut. Und niemand... Äh, geklaut, ja, gebaut. Und niemand ist auf die Idee gekommen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, was dann bei der Demonstration, die darauf folgt, auch klar wird. Dann gibt es noch irgendwie eine Krankenschwester, die sich komödiantisch engagiert, indem sie den Patienten mutwillig wehtut. Und, äh, dann kommt die Idee oder die Sache, die die Folge beeinträchtigt. Denn Springfield hat sich von Baltimore was abgeschaut. Und sie wollen ihren schäbigen Hafen, den sie haben, jetzt renovieren und wieder irgendwie hip und cool machen und da Geschäfte hinbauen. Ich hab das auch auf Deutsch dann kurz geguckt und der hat irgendwie einen ganz komischen Namen, irgendwie Calamari-Hafen oder so nennen sie den. Aber es ist natürlich der Squidport-Haber, wie er auch später heißt, der Tintenfisch-Hafen, der da gebaut und eröffnet wird. Krieg ich direkt wieder ganz schlimme Flash... Da krieg ich direkt wieder ganz schlimme Flashbacks an Simpsons Hit & Run. Oh ja, stimmt. Das war... Das war fürchterlich. Die Krusty-Lew-Studio aufs Schiffspringen-Mission. Oh, das hat einfach nicht funktioniert. Das hat einfach nicht funktioniert. Das ist doch ein Bug. Ja, wir hatten da irgendwelche Bugs, aber das, ja. Wir werden es vielleicht trotzdem schaffen. Naja, egal. Abseits von Ion Springfield oder vom Hafen, der gebaut wird, was mehr oder weniger der B-Plot ist, der aber wieder schön dann auch zum A-Plot hinführt. Ich hab kein Ende für den Satz, aber der A-Plot ist, dass Lisa und Janie gerade bei Lisa im Zimmer sind und Babysitter-Magazine lesen oder sowas. Und beide planen halt zu babysitten, um damit jede Menge Geld zu verdienen, um sich schöne Sachen zu kaufen. Kurzer Einschub an der Stelle. Ich würde auch Janie als einen der seltsamsten Simpsons-Charakter, die sie überhaupt nur gibt, ins Rennen werfen. Ja. Sie ist so unsteht einfach. Manchmal wird sie gezeigt als Freundin von Lisa. Dann wiederum ist sie irgendwie so Sherry und Terry-mäßig unterwegs und mobbt sie die ganze Zeit. Und ich finde die super seltsam. Ja, ich auch. Aber Kinder sind schlimm. Was geht mit der ab? Was ist ihr Scheiß-Problem eigentlich? Keine Ahnung. Aber jedenfalls in dieser Folge scheint sie freundlich gesonnen zu sein. Wir haben noch kurz jetzt vor der, bevor wir Aufnahme gedrückt haben, haben wir noch über Simpsons Springfield, über dieses Handyspielgespräch gesprochen. Und da kommt sie auch mit so einem, da bekommt man sie mit so einem super teuren Laden, Schmuckladen oder so. Also ich weiß nicht. Das ist alles sehr seltsam. Dann müssen wir vielleicht nochmal in den Deep Dive. In den Deep Dive Janie gehen. Ich wusste auch zuerst nicht, wie sie heißt. Ich habe da eine Lücke gelassen. Ja, ich musste auch überlegen. Und sie hat es dann aber auch gesagt. Mir ist es dann nochmal eingefallen. Ja. Genau wie der eine Freund von Bart, der nur in der ersten Staffel ein Freund ist und sonst nur ein Charakter, der in der hinteren Reihe steht. Boah, wer war das denn? Ich weiß nicht, wie er heißt. Achso, Louis oder Richard. Ja, genau. Die beiden sogar. Stimmt. Richard habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe den Louis da gedacht. Ja, die sind immer nur noch im Hintergrund. Das ist seltsam. Aber die sind auch immer noch da. Ja. Es gibt insgesamt so manche von diesen Kindern. Nein, es gibt auch dieses eine Mädchen, das so Zöpfe hat. Die hat irgendwie einen Namen aus irgendwelchen Gründen, was ich nicht verstehe, weil die sagt, glaube ich, nie was. Aber aus irgendeinem Grund. Manche von denen haben dann Namen bekommen. Ja, ich glaube doch. Die hat was gesagt mal und zwar in der allerersten Folge. Bei diesem Stück da in der Schule. Okay, möglich. In der Lisa mit einem ganz komischen Rock da einen Tiki macht. Oh ja. Gott. Die erste Folge ist seltsam. Ja. Wir sollten auch unsere Folge zur ersten Folge mal irgendwann nochmal resamplen. Ja, für das Remake. Ja. Das wird jetzt mittlerweile bestimmt ein bisschen besser. Ja, ich denke auch. Naja. Ja. Wir sind dann direkt auch in der Kirche. Also es geht hin und her. Wir haben gesehen, Lisa plant Babysitterin zu sein in der Kirche. Ist es dann auch schon. Denn Reverend Lovejoy macht Werbung für sie. Genauso wie für die Kirchenparty, die am Freitag im Kirchenkeller stattfindet. Den wir, glaube ich, noch nie gesehen haben und noch nie sehen werden. Und auch von solchen Partys sind wir leider bisher verschont geblieben. Aber, ja, da soll wohl eine Jesus angehauchte Rockband spielen. In dem Keller war bestimmt mal irgendwie so eine anonyme Alkoholikersitzung oder so, die gezeigt wurde. Oder. Kann ich mir vorstellen. Aber ich habe gerade nichts speziell im Kopf. Oder, oder, oder. Die Folge, in der Bart Milhouse seine Seele verkauft, sind sie auch in irgendeinem anderen Raum in der Kirche. Ja. Stimmt. Aber ich weiß nicht, wo. Vielleicht ist das der Keller. Weiß ich nicht. Ist möglich. Ja, wissen wir nicht. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen über diese Serie. Und so viele Dinge, von denen wir denken, wir wissen so und werden dann doch eines Besseren wieder belehrt. Ja. Naja. Aber die Simpsons sind ja auch immer im Wandel. Also wir haben dann eigentlich da doch immer recht. Wir haben immer recht, genau. So ist es. Ja. Ja. Lisa sitzt am Telefon. Obwohl Werbung gemacht wurde in der Kirche, ruft keiner an. Und Marge spricht dann mit ihr und sagt, ja, wahrscheinlich ist es, weil du halt zu jung bist. Also wer will halt schon auf ein 10-jähriges Kind, ein 8-jähriges Kind aufpassen lassen oder so. Ja. Guter Punkt. Ja. Doch dann, wie es das Schicksal so will, kommt Flanders vorbei und erzählt Homer eine ziemlich schaurige Geschichte, die eigentlich eine bessere Folge wäre als diese. Nicht, dass diese Folge nicht gut wäre, aber diese Geschichte von Flanders, die scheint mir doch sehr actionreich zu sein. Entscheinen wurde Maud gekidnappt. Nee, Mauds Eltern. Nee, Mauds Eltern, genau. Mauds Eltern wurden gekidnappt im Heiligen Land. Und das ist zwar anscheinend eine ziemlich standardmäßige Kidnapping-Situation, aber Flanders muss trotzdem irgendwelche Formulare unterschreiben. Und deswegen kann er an dem Abend nicht für seine Kinder da sein. Und deswegen fragt er Homer, ob er für sie babysitten kann. Aber Homers Frau wurde leider auch im Heiligen Land entführt, deswegen kann er es leider nicht machen. Und Lisa ist dann natürlich aber sofort zur Stelle und bietet sich selbst an. Und Flanders äußert auch die gleichen Sorgen, die Marge sich schon gemacht hat, weil Todd auch im Moment eine wilde Faser hat und alle zwickt. Aber Lisa traut sich das dann doch zu. Und ja, so kriegt sie den Job. Jedenfalls, was mir in der Szene aufgefallen ist, ist, dass Flanders so eine gelbe Schleife, gelbes Band anhat. Und da habe ich nachgelesen, das ist wohl ein Zeichen in Amerika für Opfer oder Angehörige von Entführungen. Also da gibt es ein Zeichen für, ja. Okay. Ich dachte, das wäre einfach dieser Fisch, dieser religiöse Jesus-Fisch, so gedreht. Also ich weiß auch nicht, ob meine Quellen zuverlässig sind. Ich habe auch nicht journalistisch korrekt recherchiert und nur eine Quelle gesehen und gedacht, ja, ja, von mir aus. Und nicht nachgeguckt weiter, aber, ja, gern mal Bezug nehmen, falls da irgendjemand sich mit Entführungen auskennt. Ja, es würde Sinn machen in der Situation. Falls Natascha Kampusch oder so hier unseren Podcast regelmäßig hört, gern mal einfach sagen. Bestimmt. Jo, gut. Ist relativ wahrscheinlich. Ich glaube auch. Grüße nach Österreich. Jedenfalls kriegt Lisa dann die wilde Seite von Rotten Tod direkt zu spüren. Denn sie packen dann so ein Spiel aus, so ein klassisches Bibelbrettspiel, wo sie irgendwie nach Jerusalem gehen müssen oder was. Und die Würfel fehlen, weil Rotten Tods glauben nicht an Würfel. Ne, was ist die Ausrede? Weiß nicht, das ist irgendwie so ein Satan-Symbol oder so ein Würfel. Ja, weil Würfeln werden ja auch zum Glücksspiel verwendet und deswegen sind die böse. Also jedenfalls Würfel sind tabu und deswegen gehen sie immer einfach ein Feld nach vorne, weil es damit weniger Spaß macht. Und das finden sie immer gut. Und dann vermutlich nicht, genau, dann haben sie noch Angst vor einer Motte, die aus der Schachtel kommt. Also anscheinend spielen sie dieses Spiel auch nicht allzu oft. Und dann erschrecken sie sich vor dieser Motte und rennen dann verstört weg. Als Lisa sie auch noch mit einem Marienkäfer vergleicht. Da ist natürlich alles vorbei, weil Marienkäfer, man kennt sie, sie sind einfach furchtbar. Und dann rennen sie nach oben. Und kurz darauf ist auch schon Schlafenszeit. Und sie wünschen sich dann eine Gute-Nacht-Geschichte über Roboter. Und Lisa erzählt eigentlich nur eine Geschichte von Rotten Todt, die bezeichnet sie als Roboter, aber Todt hat trotzdem noch Angst vor der Geschichte. Ja, obwohl er sich sie genau so gewünscht hat. Ja. Alter, das sind so weich, Alter, die zwei. Das sind echt, das sind ganz schlimme Charaktere. Ich habe auch, ich habe gerade die Woche, ich gucke ja die neuen Staffeln und da habe ich gerade eine Folge gesehen, in der Todt auszieht. Beziehungsweise bei den fünften Wochen muss, weil er seinen Glauben verloren hat. Genau, die Folge fand ich auch ganz, ganz schwierig. Ja. Auch die ganze Botschaft. Todt wird zuerst rausgeschmissen aus dem Haus von Flanders, weil er nicht mehr an Gott glaubt. Und dann am Ende ist die Auflösung nicht, dass Flanders ihn akzeptiert, weil er nicht mehr an Gott glaubt, sondern er glaubt wieder an Gott und deswegen akzeptiert Flanders ihn wieder. Das ist eine sehr schöne Message. Ja, geht so. Gott, diese Folge, ja, die habe ich auch im Kopf behalten. Muss ich nochmal eine Lanze brechen, ich bin die neue Staffel echt gut. Ja, ich habe auch einige Folgen positiv in Erinnerung. Ich muss auch mal wieder weitergucken, langsam. Aber zurück zur dieswertigen Folge, dieswertig ist kein Wort, heute haben wir ganz komische Sätze, aber das spielt auch keine Rolle, denn Flanders nimmt dann Lisa als Babysitterin, weil er muss halt los, er muss halt in die Hauptstadt, die auch nicht näher definiert wird natürlich. Wahrscheinlich ist es die Hauptstadt des Bundesstaates auch, deswegen... Ich denke, sie haben einfach Capital City übersetzt. Achso, ja, okay. Englisch was Capital City. Ja, und da brauchst du halt dringend einen Babysitter. Und, ja, Lisa macht das gut und, ja, sie wird weiterempfohlen von Flanders, weil sie es halt einfach gut gemacht hat mit den beiden Idioten. Genau. Wo ich es irgendwie komisch finde, weil sie hat sie zuerst mit der Motte erschreckt und dann mit der Geschichte erschreckt, aber trotzdem... Ja, ja, sagt das ja, erklärt das ja auch, weil sie trotzdem so gut schlafen, trotz des Mottenangriffs. Stimmt. Ja. Ja, sie hat den dann gut gehandelt am Ende des Tages. Ja. Und als nächstes ist er bei den Wiggims, relativ kurz zusammengefasst, Ralph ist... Ralph halt, der hat seinen Pyjama falschrum an. Er hat auch so ein Pyjama, wo eine Klappe dran ist, falls er mal nachts aufs Klo muss. Oh Gott, diese Klappe. Das ist auch, glaube ich, ein amerikanisches Ding, oder? Ja, ich würde hoffen, dass es überhaupt kein Ding wäre, weil diese Klappe ist irgendwie... Ich kenne das nur aus Serien. Ja, das ist so wie Thanksgiving. Ich habe sowas noch nie im Geschäft gesehen. Also nicht nur, dass ich selbst was nicht gehabt habe, ich habe das noch nie irgendwo gesehen. Warum sollte man sich sowas auch kaufen? Was ist überhaupt der Zweck davon? Also gut, bei so einem Onesie, wie in der Ralph anhat, kann man das noch irgendwo ganz, ganz tief unten, kann man das noch verstehen. Aber es ist trotzdem extrem würdelos. Hast du da nicht auch so eine Story zu mit so einem Einteiler? Dass du so ein Ding mal Fasching anhattest? Und genau diese Klappe alle deine Probleme gelöst hätte? Boah, weiß ich gar nicht mehr. War das Problem? Ich weiß nicht mehr, ob das ein Problem war. Ja, doch, stimmt. Das Ding muss man halt immer ganz ausziehen. Das ist ein bisschen anstrengend. Und ich erinnere mich noch, kurzer Sidebar zum Thema Morphsuits, also Ganzkörperanzüge. Ich erinnere mich noch an eine Phase, wo ich auf, was ist die Gamescom? Ich glaube, ich war auf der Gamescom und da kriegt man immer dieses Armband. Und ich hatte so ein Morphsuit an. Und da habe ich mich irgendwann entschieden, diesen Morphsuit auszuziehen. Das war aber sehr schwierig, weil dieses Armband um meinen Arm war und damit auch um den Morphsuit. Und deswegen musste ich dann diesen ganzen Morphsuit durch das Armband an meinem Arm irgendwie durch ausziehen. Das hat sehr lange gedauert. Das war sehr schmerzhaft. Ich empfehle es niemandem. Lass das einfach. Mach das einfach nicht. Allein die Vorstellung macht dich einfach glücklich. Ja, das war toll. Warum gehst du auf die Gamescom und ziehst du so ein Ding an? Weil ich ein cooler Kostüm-Mensch bin. Ach so, okay. Gut. Homer hat während Lisa dabei den Regims ist babysitten, hat er schon seinen Frack an, den er für den Tag am nächsten Tag bei dieser Eröffnung am Kalamari-Hafen anziehen will. Weil, ja, es ist so wie mit einem Probeauto. Man muss halt so viele Kilometer fahren, wie geht. Und auch dieser ausgeliehene Anzug, den er da hat, muss er halt so lang tragen, wie es geht. Und hat den dann einfach daheim auf der Couch an. Ja. Man muss ja auch einfach mal einsitzen. Das stimmt. Und da kommt bei mir dann auch die Wendung. Denn Lisa erklärt da auch, wo sie das ganze Geld her hat, das da auf dem Tisch liegt. Und sie hat einen Dollar pro Stunde verlangt. Und sie, sagen wir mal, die war jetzt vier Stunden bei Flanders und drei Stunden bei den Wiggums, weil die nur auf einem Konzert abends waren. Da hat sie jetzt sieben Dollar. Aber sie war auch noch bei Hibbert. Ach, stimmt. Vielleicht hat sie da irgendwie tagelang babysitten müssen. Ja, das kann sein. Und für ein Kind ist das bestimmt viel Geld. Ja, das stimmt. Damals war die Wirtschaft ja auch noch eine andere. Ja, das stimmt. Sagen wir mal, das sind sieben Dollar, das sind sieben Euro, das sind vierzehn Mark, Ivo. Ja, ich meine, es gab Zeiten, wo Comics ein Viertel Dollar gekostet haben. Ja, siehst du mal. Das war einfach das Leben. Ja, aber leider egal. Jedenfalls ist Bart dann neidisch auf das ganze Geld, was Lisa da hat. Und dadurch ergibt sich dann auch so ein bisschen der Konflikt, der jetzt dann in Kürze ausbricht. Ja, denn der Tag ist da. Die beiden gehen auf die Eröffnung des Piers Home on March. Und Grandpa, beziehungsweise Patty oder Selma sollen halt kommen zum Babysitten laut Barts Gedankengängen. Aber nein, Lisa übernimmt das heute mal. Ja. Weil sie ist ja die beste Babysitterin von Springfield. Und deswegen ist es nur folgerichtig, dass sie auch auf ihren Bruder und auf ihre kleine Schwester aufpassen kann. Ja. Und das finde ich schon, am Anfang denkt man so, es ist nur Bart irgendwie. Und dann denkt man so, okay, aber dann ist auch noch Maggie da. Und das finde ich schon, wenn man acht Jahre alt ist, muss man auf das Baby auch noch aufpassen. Da hätte ich Respekt vor, als achtjährige Person. Ja, ich finde das ist auch pädagogisch nicht wertvoll, also nicht gut gelöst von den beiden. Da hättest du halt sagen können, heute bleibt ihr mal allein, passt sie auf euch auf. Oder passt beide auf Maggie auf oder so, das hätte man doch besser lösen können. Ja. Sie hat direkt so eine Zielscheibe auf Lisa gemalt eigentlich. Ja, aber was ich da auch bei Lisa nicht cool finde, also die hat so richtig dieses von oben herab. Sie ist die Babysitterin, sie hat das Sagen. Ja. Also das zieht sie ja auch durchgehend durch, das finde ich halt auch irgendwie so nervig in der Folge. Schwierig. Genau. Und dann merkt Bart noch an, dass er genau zwei Jahre und 38 Tage älter ist als Lisa. Und da wir ja alle wissen, dass Bart am 1. April Geburtstag hat, wissen wir damit, dass Lisa Ende Februar Geburtstag hat. Nicht schlecht. Aber ich war zu faul, genau die Tage zurückzurechnen. Ich habe es versucht, es ist nicht hingekommen. Ich bin schlecht und schäme mich dafür. Aber es ist Ende Februar. Das können wir sogar genau rausfinden, weil wir gucken können, ob es ein Schaltjahr ist. Weil wir das Jahr von Lisas Geburt glaube ich auch kennen. Weil das in dieser Folge, in der sie noch in diesem italienischen Viertel oder was das ist wohnen, also das Haus kaufen. Stimmt, ja. Da wird glaube ich das Jahr genannt. Das kann sein. Sollen wir mal recherchieren. Aber die Timeline verschwimmt ja sowieso. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwann mal gehört, sie wollen, das ist aber schon ewig her, dass sie irgendwie die Jugend von Homer in die 2000er umschreiben wollen oder so. Hä? Damit halt das passt, weil Homer ja immer gleich alt ist. Ja. Da muss sich natürlich seine Jugend auch verschieben. Das heißt, irgendwann ist er 2023 geboren. Ja, wann ist er älter oder jünger als wir? Ja. Verstörend. Crazy. Das will man sich gar nicht vorstellen. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Ja, jedenfalls machen sich dann Marge und Homer auf den Weg zu dem Pier und fahren erstmal über den ganzen Pier mit dem Auto. Was Homer nicht merkt, dass das nicht so ganz gern gesehen ist, aber sie halten dann irgendwann mitten auf dem Pier einfach an. Und da sehen sie dann auch die ganzen Geschäfte, die die meisten Leute wahrscheinlich auch nur aus Simpsons Springfield kennen werden, jedenfalls ich. Die Malaria Zone, den Turban Outfitters, was immer noch ein sehr gutes Wortspiel ist. Dann dieses komische Messergeschäft mit dem Messer vor der Tür, das immer wieder zu und aufgeht. Das ist eine Krypto-Geschäft. Es gibt sehr viele, sehr weirde Geschäfte. Dann halt noch Planet, nee, wie heißt's? Planet Hype, genau. Planet Hype. Das ist eine Anspielung an Planet Hollywood. Das ist auch dasselbe Logo. Das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Restaurant. Ich war schon mal im Planet Hollywood, aber nur ganz kurz. Bist aus Nollywood? Nee, ich war in dem in Las Vegas. Aber es war nur kurz. Wir sind nur kurz reingeschaut, glaube ich. Ist das wie so Hardrock-Kaffee dann? Das war eher so Mall-mäßig. Ich erinnere mich nicht mehr so gut, aber es war... Da gab's, glaube ich, sogar ein Restaurant von Gordon Ramsay. Gab's in Singapur auch, habe ich da auch gesehen. Ich glaube, das war Singapur letztes Jahr. Letztes Jahr irgendwo habe ich es gesehen. Nice. Weiß ich aber, warst du wahrscheinlich auch nicht drin. Ich auch nicht. Nee. Gibt's da noch irgendwas zu der Peer-Geschichte? Sollen wir das gerade abarbeiten, bis wir es am Ende nochmal... Können wir machen, ja. Homer wird im Brunnen eingesperrt und kommt nicht raus. Obwohl er schon ein paar Mal ins Wasser gegangen ist. Aber er kommt nicht auf die Idee, einfach kurz nochmal durchs Wasser zu rennen, damit er da rauskommt. Sondern er ist da einfach gefangen und alle lachen ihn aus. Alle zeigen mit dem nackten Zeigefinger auf ihn und lachen ihn aus. Ja. Schäbig. Ich glaube, das war's auch schon. Außer, was mir da noch aufgefallen ist, beziehungsweise ganz am Ende ist mir vor allem aufgefallen, dass Lisa... Ach, Bart... Nee, Alter. Die anderen zwei, Homer und Marge, sind ja so richtig fein rausgeputzt und so richtig schick. Und alle anderen stehen da ganz normal, sind ganz normal da. Das stimmt, aber wenigstens ist das halt so Ausnahmesituationen. Keine Ahnung, es wird ja auch... Stimmt, es wird sogar am Anfang gesagt, dass da eine Gala ist, aber sie laufen einfach nochmal auf diesem Pier rum. Das ist irgendwie gar nicht galamäßig. Oma hat sogar einen Monokel an. Dieser Mann. Ist einfach schick, der Mann. Eine Sache gibt's noch, nämlich einen Laden haben wir noch vergessen, nämlich Moes Braustube, was einfach nur ein Holztunnel ist, der zu Moes Bar führt, ganz, ganz lange und auch irgend so ein Typ da reinkommt und was bestellen will oder sagt, es ist einfach nur eine Kneipe. Und ja, einfach so ein schöner, langer Holztunnel, der zu Moe führt. Ja, das ist fantastisch. Einfach dieser kilometerlange Tunnel. Ja, jedenfalls zurück zum A-Plot. Lisa versucht halt ihre klassische Babysitter-Art, die vermutlich mit Rod und Todd und den anderen eher minderbemittelten Kindern, obwohl über Hibberts Kinder weiß man überhaupt nichts, die sieht man nur ein paar Mal im Hintergrund. Die haben nicht wirklich einen Charakter. Man weiß nicht, wie die drauf sind. Jedenfalls scheinen sie wesentlich leichter zu sein, als Bart zu handeln, denn Lisa versucht ihre klassische Art und Bart ist natürlich, versucht alles zu manipulieren und will ihre Autorität nicht anerkennen. Dann essen sie irgendwie und Bart will immer mehr, aber dann will er es nicht essen, sondern will es nur anstarren, weil er es so widerlich findet. Dann will er direkt den Nachtisch, Lisa gibt ihm auch direkt den Nachtisch und dann kommt direkt ein sehr schöner Aspekt, wie ich finde, weil der Nachtisch ist Mokka-Eis. Einfach, ja, das ist einfach Barts Leibspeise, so Mokka-Eis. Ich finde das sehr seltsam und dann wird es verurteilt, dass er das Maggie gibt, wodurch sie dann die ganze Zeit aufgetreten ist, aber würde man sowas schon seinem 10-jährigen Kind geben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte man es dann gar kein Kind geben, so Coffee-Eat-Zeug. Genau. Vor allem, ich finde es so nice, dass sie einfach so sagen, ja, das kannst du Maggie nicht einfach geben, aber er ist einfach ein 10-jähriges Kind und er darf das einfach essen, das ist okay. Ja, und Maggie ist auch direkt komplett aufgeputscht, also die guckt da ganz wild in der Gegend rum und das ist auch was, was dann halt sich durchzieht durch dieses Babysitter-Abend-Ding. Und Bart macht immer weiter, der bestellt am Telefon ganz viele verschiedene Sachen und als er ins Bett gehen soll, warum auch immer Lisa ihn ins Bett bringen soll, weil sie müsste halt eigentlich vorher, ja, ist egal. Sie ist aber der Babysitter, sie ist die Autorität. Ja, das lebt so auch die Autorität und da kommt dann alles, was er bestellt hat, also ein 8 Meter langes Sandwich mit extra Essig, es schwimmt sogar ein Essig, wie der Lieferant betont, Krusty, der für einen Polterabend bestellt wurde, ein Notarzt für eine Schwestern-Trennung, weiß nicht genau, was eine Schwestern-Trennung ist, dann irgend so ein Typ von der Regierung, weil ein UFO gesichtet wurde und der Fahrer vom Botschafter von Ghana. Ja. Also Bart hat gute Connections, was sowas angeht. Bart hat sich wohl aus dem Botschafter von Ghana ausgegeben oder sein Chauffeur oder was auch immer dieser Herr ist, weiß nicht, wo sein Botschafter sich auffällt, in beiden Fällen hat er seinen Job nicht besonders gut gemacht, muss ich leider an der Stelle sagen. Ja, jedenfalls, Lisa wird dann immer wütender und sagt all diesen Leuten, dass sie betrogen wurden. Was ich auch schön finde da an der Stelle ist, dass diese Arbeiter von dem Sandwich, die das da reintragen, einfach im Hintergrund anfangen, das Sandwich zu essen, was auch sehr schön ist. Ja, und dann werden sie alle rausgeschickt. Dann doch ohne Bezahlung. Auch Krusty, der eigentlich 500 Dollar wollte, der geht dann doch auch weg, weil er merkt, hier wird er nicht bezahlt. Und Lisa wird jetzt immer wütender auf Bart und schickt ihn dann wieder ins Bett. Und Bart stellt sich halt so übelst dumm, dieses richtige Kindische. Er will sie einfach nur trollen. Und dann geht er zum Brot, was auch ein Wortspiel ist, das wahrscheinlich auf Deutsch sehr gut funktioniert. Aber er geht dann zum Brett natürlich, weil er das falsch verstanden hat, leider. Was sagt er denn da im Englischen vorher zu ihm? Ah, Bett. Und er geht dann zum Brett halt, logischerweise. Im Deutschen sagt er nämlich ganz flug gelöst, geh ins Bett oder du holst dir den Tod. Brot. Wow. Und er versteht, geh ins Bett und hol dir ein Brot. Okay, das ist nicht so schlecht. Ja, und dann sagt sie ihm nochmal, er soll ins Bett gehen. Dann geht er auch ins Bett, aber nicht in sein Bett, sondern er springt dann auf dem Bett von Marge und Homer rum. Und da reißt Lisa einfach die Hutschnur. Und sie will ihn einfach, sie will ihn so fangen. Sie springt dann einfach auf ihn und er springt dann immer wieder weg. Und dann irgendwann landet er leider auf dem Absatz der Treppe und fällt dann einfach die Treppe runter, die für diese Treppen-Runterfall-Sequenz auch noch mindestens dreimal so lang gemacht wurde. Ja. Ja, und er liegt dann unten am Fuß der Treppe. Sieht nicht so gut aus. Questy kommt dann nochmal rein und sagt, er würde auf seine Garage verzichten, wenn er was von dem Riesensandwich bekommt. Er sieht dann Bart da liegen und geht auch wieder direkt, weil er will damit nichts zu tun haben. Und ja, es ist aber eigentlich alles halb so wild. Sein Arm ist, also gut geht, sein Arm ist ausgekugelt und er hat eine dicke Beule am Kopf, aber er steht nochmal auf und ihm geht es eigentlich soweit gut. Ja. Und Lisa ist dann natürlich etwas panisch, weil sie ihre Autorität als Babysitter in Gefahr sieht. Und Bart will das dann natürlich auch auskosten und sperrt sich dann in seinem Zimmer ein, damit sie nichts dagegen machen kann. Damit er einfach stolz den ausgekugelten Arm den Eltern präsentieren kann, damit Lisa einfach für immer kein Babysitter mehr ist. Ja, und er will es noch schlimmer machen. Er rennt die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Tür. Macht das nicht nach. Das ist nicht clever. Clever. Und irgendwann hört das auf. Lisa denkt zuerst, weil sie es ihm verboten hat, aber sie kleidert am Baum hoch, guckt in das Fenster rein und Bart liegt auf dem Boden bewusstlos. Ja. Was ist das Erste, was er dann macht natürlich, weil sie ist ja nicht doof? Sie ruft einen Notarzt an. Der war aber schon heute da und deswegen kommt er jetzt nicht mehr, weil er denkt, er wird wieder verarscht, weil er eben schon wegen der Schwestern-Trennung da war und keine Schwestern-Trennung vorzufinden war. Schade. Ja, und deswegen... Ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist, dass der Notarzt dann einfach nicht kommt. Ja, weiß gar nicht. Man würde hoffen, dass es nicht realistisch ist. Ja, es kann schon sein, dass die irgendwann deine Nummer dann kurz aus dem System und ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Trotzdem irgendwie fahrlässig für genau solche Fälle wie hier gerade. Ja. Und dann denkt sie daran, Dr. Hibbert anzurufen, aber dann kriegt sie eine, 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 nicht Flashback, nein, eine Vision davon, wie das ablaufen würde, dass Dr. Hibbert dann halt rausfindet, dass sie ein schlechter Babysitter ist und dann bekommt sie dieses, dann bekommt sie keine Jobs mehr von Dr. Hibbert und das spricht sich dann rum und so weiter und sie landet einfach in der Gosse Babysitter-technisch. Das will sie natürlich nicht und deswegen guckt sie dann kurz unten im Telefonbuch und wir kennen noch einen anderen Arzt in Springfield. Es ist niemand geringeres als Dr. Nick natürlich, auf den dann ihr Auge fällt. den ruft sie aber gar nicht an, sondern sie will sich dann einfach direkt auf den Weg machen dahin. Und sie legt Bart in so eine Schubkarre und Maggie setzt sie auf ihn drauf, die fängt an, an ihm rumzuspielen und obwohl, weil er schon schwer verletzt ist, denkt sie, sie muss jetzt halt was unternehmen und sperrt Maggie in so eine Katzentransportbox. Ja, ist auch sehr würdevoll. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hätte einfach irgendjemand anrufen sollen, würde ich sagen. Ja, sie macht es nicht besser. Nee. Ja, und bei Dr. Nick ist es ein komplett volles Wartezimmer, da sitzen schon mehrere Leute, auch Smithers und Jasper und Snake. Snake ist auf eine Kugel draufgefallen. Bei einem Schnapsladenüberfall, wie die Krankenschwester wohl zu kennen scheint. Und Smithers lässt sie auch nicht vor, ich weiß nicht, was er hat, aber irgendwas hat er scheinbar. Er ist aber auch sehr seltsam. Das ist auch super seltsam, wie der übersetzt, weil er dann irgendwas Komisches sagt und auf Englisch sagt er, ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber er impliziert irgendwie, dass er es schon relativ dringend hat, untersucht zu werden. Und ich glaube, die Implikation ist, dass, die Implikation ist schwierig, weil er guckt auch so nach unten, so vielsagend, also es befindet sich wohl etwas, er setzt sich auch nicht hin, ich denke, die Implikation ist, es befindet sich etwas in einer Öffnung seines Körpers, was da nicht sich befinden sollte. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das richtig interpretiert habe, es ist aber, die Szene ist auf Englisch sehr, sehr seltsam, aber auf Deutsch ist sie noch, also ne, auf Deutsch ist sie eigentlich weniger seltsam, sie ist einfach nur komisch, was zwei unterschiedliche Dinge sind. Du meinst, da ist etwas im Argen. Okay. Ja, da ist definitiv etwas im Argen. Okay. Naja, ich hoffe, es geht ihm besser, aber wie das auch in der falschen Schlange, klärt Jasper sie auf, denn ne Schubkarrenschlange gibt's auch noch bei Dr. Nick, da sind auch einige hochqualifizierte andere Patienten, die da mit nem Schubkarren vorbeigebracht werden. Moe bringt Barney, der offensichtlich betrunken ist. Dann ein Affe, der nen elektrisierten Professor Frink bringt. Nicht der picklige Teenager, sondern irgendein anderer Fastfood-Mitarbeiter, der den Comicbuchverkäufer mitbringt. Und ich muss schon wieder was erwähnen, was ich schon öfters erwähnt habe. Dieses Poster, was ich hatte, auf dem die ganzen Simpsons-Charaktere waren. Und diese sehr speziellen Zitate, die genau auf diesen Charakter den Signaturen, da war auch eben beim Comicbuchverkäufer das Zitat dabei, Einsamkeit und Cheeseburger sind eine gefährliche Mischung. Ja, das ist auch definitiv einer der Sprüche, den er bei Simpsons-Springfield drauf hat. Das erinnere ich mich dran. Wenn man auf ihn draufdrückt, sagt er das manchmal. Und eventuell sogar bei Simpsons-Sit and Run. Oh. Also, er ist einfach überall, der Spruch. Ja. Ich bin mir aber unsicher, ob es das auch ist. Ja, nee, das kam mir dann auch wieder direkt an dieses Poster bekannt vor. Ja. Ja. Sie läuft dann einfach weiter zum Krankenhaus, weil sie will nicht warten. Das dauert wohl zu lange. Und da ist ein Schild, noch eine Meile bis zum Krankenhaus. Also eigentlich gar nicht mehr so weit. Das können sie schaffen, aber Chief Riggum hält an und spricht sie an. Und will mal fragen, was die beste Babysitterin, die er kennt, da so gerade macht. Und dann auch sehr seltsam. Sie denkt erst, sie ist durchgekommen mit diesem, ja, mit dieser Sache. Aber Riggum will dann doch mal einen Blick auf die Schubkarre werfen. Und er wirft einen Blick auf die Schubkarre und er sieht, von welcher Marke sie ist. Und das sagt er sich auch schon. Nämlich von Yard King. Ein klassischer Yard King. Ja. Hat er sich gedacht. Aber die Schubkarre ist leer. Ja. Und dann fährt die Polizei wieder weg. Und Lisa kann das Ganze inspizieren, warum Bart nicht mehr in der Schubkarre liegt. Der ist herausgefallen und kullert jetzt irgendwie so den Hang runter. Also er rollt da einfach runter. Noch durch ein Gebüsch und dann in den Matsch. Und Lisa rennt da natürlich mit der Schubkarre hinterher. Und dann stehen sie da im Matsch. Und Lisa sagt noch, dass das jetzt alles wie in einem Albtraum ist. Und dann wird ihr Albtraum auch schon Realität. Ja, denn das ist das Hafenbecken, das einfach nur aus Schlamm besteht. Und da werden Scheinwerfer auf sie gerichtet. Und Quimby will da gerade feierlich den Pier eröffnen mit Scheinwerfern, die dann zu dem Zeitpunkt auf diesen Matsch geworfen werden. Und da sehen eben alle, die da sind. Und sehr viele sind da, was Lisa da gerade macht. Nämlich im Matsch sitzen mit ihrem verletzten Bruder und ihrer eingesperrten Schwester. Ja. Und Martin und Heumer rennen direkt nach unten, um sich Barts Zustand anzuschauen. Und Dr. Hibbert ist dann auch da. Deswegen, es hat wahrscheinlich sowieso nichts gebracht, ihn anzurufen. Und ja, jedenfalls inspiziert er das dann auch. Und diagnostiziert genau das, was Lisa in ihrer Vision hatte. Nämlich, dass ausgelöst wird durch schlechtes Babysitten. Ja. Und das ist natürlich dann ihr Albtraum, der in Erfüllung geht. Ja. Sie sind dann in der nächsten Szene auch schon wieder daheim. Es ist später. Bardus hat sein Armband da schiiert. Und er entschuldigt sich bei Lisa, weil er wollte es halt eigentlich doch gar nicht so sie bloßstellen und ihre Karriere ruinieren. Aber, siehe da, das Telefon klingelt und zuerst Dr. Hibbert ruft an und dann ruft Flanders an und die wollen trotzdem Lisa als Babysitterin. Weil es ist halt sehr schwer, einen Babysitter zu finden. Ja. Genau. Aber selbst wenn das mit dem Babysitten nicht klappt, Lisa kann immer noch Kleie verkaufen. Das heißt, das ist kein Problem. Also sie ist da abgesichert. Sie ist abgesichert. Das ist so eine seltsame Szene. Aber ich kann immer noch Kleie verkaufen. Möchtest du eigentlich Kleie? Ja. Was ist Kleie eigentlich? Boah, das ist, also auf Englisch ist es Seeds. Da sagt sie einfach, dass sie immer noch Seeds verkaufen kann. Okay. Ich glaube, das ist dasselbe. Ich weiß es nicht. Okay. Naja, wie fandest du die Folge, Ivo? Diese Folge fand ich sehr, sehr gut. Es waren einfach so viele gute Gags drin. Ich fand beide Plots sehr schön. Auch wenn der Zweite natürlich nur peripher irgendwas beiträgt. Aber ich mochte sie sehr gerne. Auch diese ganze Dynamik zwischen Bart und Lisa da am Ende, wie Bart einfach die ganze Zeit nur am Rumtrollen ist. Wie man ihn kennt, den Meister der Streiche. Ja, es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch eine gute Folge. Ich weiß, wir sagen das oft bei diesen ganzen alten Folgen. Aber es ist halt auch so mehr oder weniger ein Klassiker. Man hat halt jeden Abend die Simpsons geguckt bei ProSieben. Und die hatten auch nur eine begrenzte Anzahl an Folgen. Und da hat man halt zum Beispiel diese Folge ja auch zigmal gesehen. Die habe ich, glaube ich, gar nicht so oft gesehen. Aber ja, doch, kann schon sein. Also ich weiß es nicht mehr. Also ich glaube nicht. Manchmal, meistens habe ich immer da die neueren Folgen gesehen. Also ich kannte die Folge sehr, sehr gut. Aber ich finde sie auch sehr, sehr gut. Und deswegen, das war in Ordnung. Das war super. Und ja, ich habe es dir ja vorhin schon erzählt. Ich habe wieder angefangen mit Simpsons Springfield. Und da ist ja der Hafen auch ein großer Part von. Ja. Deswegen war ich auch gerade wieder bei den Geschäften ein bisschen drin. Und ja. Ich gucke aber alle Jubeljahre mal nochmal, welche Charaktere sie hinzugefügt haben. Und ich finde es schön, wie es immer spezifischer wird. Ja. Das ist einfach so. Diese eine Person, die in Folge 23 Staffel 15 im Hintergrund durchgelaufen ist. Beim letzten Event, das ich leider gerade noch verpasst habe. Ich bin jetzt gerade beim aktuellen Event dazu gestoßen. Habe ich aber gesehen, dass einer von den letzten Charakteren, der dazu kam, der Manager von den Überspitzen war. Oh shit. Der dann seine Karte gegeben hat. Nice. Okay, immerhin. Und da haben wir noch einen sehr guten Kommentar bekommen auf YouTube übrigens, dass dieses Abschlusskonzert von Homer und den Überspitzen da, weißt du, wo sie auf dem Dach machen, das ist eine Anspielung an ein Musikvideo. Und zwar muss ich nochmal gerade nachgucken, welches Musikvideo das war. Aber ich glaube, es war U2, Where the Streets Have No Name. Das ist ein Anspieler stehen so auch auf so einem Dach und es kommen immer mehr Zuschauer und so. Und ja, das ist sehr daran angelehnt. Ich dachte zuerst eventuell nein, aber als ich dann das Video angeguckt habe, habe ich gesagt, oh ja, okay, doch. Ja. Ich muss auch nochmal, okay, das gehört jetzt zur letzten Folge, aber ich muss auch nochmal einen Gag rausstellen. Nämlich als sie diese eine Schallplatte zeigen, die dann irgendwie Better Than Jesus heißt. Und das ist einfach dieses klassische Beatles Cover, wo sie über den Zebrastreifen gehen, aber sie laufen einfach übers Wasser. Das finde ich auch fantastisch. Ja, stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter, sehr kurzer Gag und das sind die Besten, die einfach kurz in die Kamera gehalten werden und dann sind sie wieder weg. Abby Row, das glaube ich, ist das Original Cover. Okay. Keine Ahnung. Unsicher. Ich hatte irgendwie vor, vor Jahren mal irgendwie so eine kurze Beatles-Phase. Die hatte ich noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Ja, weiß nicht. Ja, egal. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Folgenwunsch und ich würde sagen, Ivo, wir hören uns nächste Woche wieder in aller Frische. Das machen wir. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.